Meine liebste Sarah, es tut mir leid, dass wir so lange nicht gesprochen haben. Sarah, hier ist Isabella. Ich stehe vor unserer Bäckerei und sparte auf dich. Vielleicht treffen wir uns bald und unterhalten uns über deine wunderbare Bäckerei in Liebe, Mom. Mimi Karachi? Ja? Möchtest du für den Rest deines Lebens hier festhängen? Wovon redest du denn? Wir eröffnen die Bäckerei. Die Kosten für Einrichtung, Versicherung, Material. Ich kann das Geld besorgen. Bitte jetzt sag mir, wo wir hingehen. Isabella? Mom hätte gewollt, dass wir die Bäckerei eröffnen. Also werden wir das auch tun. Oh, wonach riecht es hier? Katzenpisse. Croissants. Frisch aus dem Ofen. Ich komme wegen des Jobs. Ich war ein Freund deiner Mom. Das, was du machst, passt nicht zu uns. Das ist ein Rosenbaccaron. Der Teig ist zu wenig verrührt. Wie bitte? Nicht viel, aber ein bisschen mehr rühren wäre gut. Du bist eine tolle Bäckerin. Deine Leidenschaft, die brauchen wir. Es geht los. Wow, Massen. Die kommen. Willkommen bei Love, Sarah. Es gibt hier noch vier andere Bäckereien. Was macht eure so besonders? Sarah reiste gar nicht, wahr? Wir machen aus unserer Bäckerei eine Heimat fernab der Heimat. Dass wir die Leute umhauen. Mh, kostig. Auf Sarah.